Sich auf jemanden verlassen Ich verlasse mich auf dich Ich verlasse mich auf dich Wir verlassen uns auf euch Wir verlassen uns auf euch Wir verlassen uns auf euch Euch hier ist der Akkusativ von ihr Uns hier ist der Akkusativ von wir Mich ist der Akkusativ von ich Dich ist der Akkusativ von dich Ich verlasse mich auf dich Wir verlassen uns auf euch Wir verlassen uns auf euch Wir werden in diese Video ein wenig kurz über die Überlegungłby, über die Überlegung hin zum Beispiel. Wir haben den Belegung erlebt, über die richtige Wahrheit mit dem Belegung, mit dem Belegung zu werden. Das Haus wird gebaut. Das Haus wird gebaut. Das Haus wird gebaut. Das Haus wird gebauen. Das Essen wurde gegessen. Das Essen wurde gegessen. Das Essen wurde von der Polizei angehalten. Der Fahrer wurde angehalten. Das Essen wurde mit dem Fahrer angehalten. Hier war Ziel 2. Anhalten. Von der Polizei. Der Fahrer wurde mit dem Fahrer angehalten. Die Bekommene in ein Wöchern. Die Bekommene in ein Wöchern. Die Bekommene in ein Wöchern. Da ich akute Schmerzen habe, muss ich ins Krankenhaus transportiert werden. Die Futur. Ich bekomme morgen eine Million. Ich werde morgen eine Million bekommen. Ich werde morgen eine Million bekommen. Ich gebe die Unterlagen dem Jobcenter morgen ab. Ich werde morgen eine Million bekommen. Ich werde morgen ein Wöchern machen. Amen.